1. Mai, Erfurt, nazifrei. Wir wollen uns aufmachen, mit vielen Menschen in dieser Stadt am 1. Mai deutlich zu machen, Erfurt ist kein Aufmarschgebiet für Braun-Luggenreist. Im Schatten des Konzentrationslagers Buchenwaldes, wenige Meter in Erfurt entfernt von Topf und Söhne, also dem Ort, an dem das Grauen geplant wurde, in einer solchen Stadt mit dieser Geschichte, dürfen wir nicht zulassen, dass Nazis hier aufmarschieren und ewig gestrige Parolen wieder skandieren. Rassisten und Faschisten dürfen wir keinen Platz geben. Antisemite haben in unserer Stadt keinen Platz. Deswegen bitte ich Sie, kommen Sie am 1. Mai nach Erfurt, helfen Sie mit, damit wir partei- und fraktionsübergreifend über Weltanschauungen hinweg alle Menschen guten Willens zusammenstehen und sagen, Erfurt, 1. Mai, nazifrei. Bis zum nächsten Mal.